6 streng geheime iPhone-Fakten, die jeder Apple-Fan kennen muss. Wusstest du, dass das App-Zeichen der Uhr immer die aktuelle Uhrzeit anzeigt und sich auch die Zeiger bewegen? Das gleiche gilt auch für den Kalender. Nach 24 Uhr springt die Anzeige automatisch um. Hast du gewusst, dass bei der Sprach-Memos-App die Aufnahme des Wortes Apple angezeigt wird? Probier es selber mal aus und mach eine Sprach-Memo und sage Apple. Apple. Wusstest du, dass das App-Icon der Karten-App einen Ausschnitt von den Apple-Headquarters anzeigt? Hier erkennst du den halben Kreis und die sich kreuzenden Straßen. Wenn du das normale Buch-Emoji stark vergrößerst, dann kannst du erkennen, dass darauf der Text der Think Different-Kampagne von Apple aus dem Jahr 1997 zu lesen ist. Letzter geheime iPhone-Fakt, den niemand kennt. Wenn du das Kreditkarten-Emoji stark vergrößerst, dann erkennst du den Namen John Appleseed. Hierbei handelt es sich um einen Apple-Mitarbeiter, der maßgeblich bei der weltweiten Einführung von Apple-Produkten geholfen hat.